Hallo und herzlich willkommen zu unserem täglichen Zwischenstand von unseren Value-Wetten-Tipps und Service. Schauen wir uns einmal an, wo wir heute stehen, was sich getan hat und los geht's. Insgesamt haben wir hier jetzt 199 Wetten schon ins Rennen geschickt. Unser gesamter Wetteinsatz war hier 1.990 Euro, wenn wir jede Wette mit 10 Euro hier darstellen. Unser Profit liegt bei 318,30 Euro. Unser Yield ist jetzt bei 15,99 Prozent, der immer noch sehr gut ist. Und wir haben jetzt noch 7 Wetten hier offen. Die anderen sind alle abgerechnet worden. Und in der Auswertung zum Beispiel sehen wir jetzt erstmalig auch, dass wir diesen sogenannten Erwartungswert unterboten haben. Das heißt, wir sind jetzt hier unterperformt. Uns steht hier eigentlich viel mehr noch zu im Moment. Also dieser Wert, wo diese orange Linie ist, dort sollten wir sein. Und jetzt sehen wir hier oben, dass wir in Summe 63 gewonnene Wetten hatten, 127 verlorene Wetten hatten. Und hier hinten sehen wir dann auch wieder eben, wir sollten bei 367,13 Euro finanziell stehen. Das ist unser Erwartungswert. Und aktuell sind wir bei 318,30 Euro, wo wir jetzt da etwas unterbeformt sind. Unser Yield ist bei 15,99 Prozent und unser Erwartungswert vom Yield ist 18,45 Prozent. Wir sehen es da hier schön bei den letzten Wetten, dass wir schon mehrmals jetzt da hier so genau exakt auf diesem Erwartungswert hier uns befunden haben. Und jetzt haben wir hier wieder so eine Negativ-Serie gehabt, wo wir halt jetzt dementsprechend diszipliniert weitermachen müssen. Eben auch der Varianz die Chance geben müssen, dass sich diese ausgleicht und wir hier dann dementsprechend wieder idealerweise auf diesem Punkt sind oder über diesem Punkt sind. Aber alles in allem ist es trotzdem noch ein sehr gutes Ergebnis für eben 10 Euro Einsatz pro Wette nach 200 Wetten 318 Euro vorn zu sein. Das sind 31 Einheiten. Das kann man ja dann überlegen bei 20 Euro, 50 Euro, was dann hier schon rauskommt. Und man sieht halt hier auch so transparent wie nur irgendwie möglich, was es eben bedeutet, eine Varianz zu haben, auch im negativen Sinne. Und ja, heute schauen wir uns auch an, wie sich das auf den Hypothesentest wieder ausgewirkt hat. Und wo wir hier jetzt da mit diesen Informationen stehen. Dazu findest du hier bei uns im Masterzugang die Suche nach dem Heiligen Kral, das ist ein eigener Rechner. Und in diesem Rechner hier drinnen kannst du nun diese Informationen wieder eingeben. Das heißt, wir hatten 63 Gewinner im Durchschnitt von 25,21%. 127 Verlierer zu je 10 Euro. Somit stehen wir hier bei 318,23. Und wir sehen jetzt da auch hier, dass diese rote Linie jetzt da hier etwas weiter weg ist von einer guten Evidenz. Also diese blaue Zone, die wir erreichen wollen, die ist hier hinten. Und das hat sich jetzt da hier nach hinten verschoben. Das heißt, jetzt da mit dem jetzigen Stand bräuchten wir 974 Trades oder Wetten, dass wir eben hier in diese blaue Zone kommen können. Aber das wird sich eben hier wieder anpassen. Das heißt, sobald wir wieder auf diesen Erwartungswert dann angekommen sind, werden wir wahrscheinlich wieder hier so um die 500, 550 Wetten brauchen. In Summe, dass wir hier in diese blaue Zone kommen. Jetzt ist wichtig, dass wir einfach, wie gesagt, diszipliniert hier weitermachen. Und wenn wir jetzt das mit einer Monte-Carlo-Simulation darstellen, Simulierung, dann sehen wir, wo wir jetzt hier stehen. Und ja, kriegen jetzt ein noch klarer und deutlicheres Bild zu diesem ganzen Thema. Das heißt, hier in Form wieder von der besten Performance, wo wir das schon hätten stehen können. Oder auch die schlechterste Performance wäre hier minus 526 Euro gewesen. Und wir sehen einfach, wir brauchen noch viel mehr Wetten, eine viel größere Stichprobe, um eben hier diese schlechteste Performance ins Positive hier zu bekommen. Und ja, da werden wir dann einfach jeden Tag schauen, wie sich das hier entwickelt. Ja, wenn du diese ganzen Tipps auch haben möchtest, was ich jetzt hier auch immer gemacht habe, ist beim Masterzugang Deutschland. Das heißt, das ist über Masterzugang Deutschland oder Masterzugang Österreich erhältlich. Und hier drinnen findest du dann diese täglichen Tipps und Value-Pads. Und hier ist es jetzt so, dass du eben zwei Dokumente immer von mir bekommst. Das heißt, die Tipps des Tages und auch mein Wettjournal. Das heißt, dass du das auch mitverfolgen kannst, mit abspeichern kannst, dass du das auch überprüfen kannst, ja. Täglich, wenn du das möchtest. Dass wir halt hier einfach so transparent und ehrlich, wie nur irgendwie möglich, arbeiten können. Dass du einfach siehst, dass hier nicht irgendwie was manipuliert oder geschoben wird oder gelöscht wird oder verbessert wird oder verschönert wird. Ja, das gibt es bei mir alles nicht. Für mich ist es halt die harte Wahrheit, wie das Thema Sportwetten aufgebaut ist. Und auch wenn wir jetzt wieder einen Drawdown haben, dann ist es so. Ja, das heißt, das ist Sportwetten. Das ist ganz normal. Und jetzt müssen wir einfach diszipliniert weitermachen. Und das erlebst du halt jetzt hier auch auf YouTube jeden Tag, wie sich das entwickelt. Und das ist auch gut so, dass du das so erlebst, weil dann kriegst du ein besseres Verständnis, was dich hier eigentlich erwartet, wenn du das in diesem Bereich angehen möchtest. Ja, dass wir im Endeffekt hier immer das Thema Varianz haben, immer das Thema mit gewonnenen Wetten haben, immer das Thema mit verlorenen Wetten haben. Und das ist ganz normal, wie gesagt. Also in diesem Sinne, wenn du das alles haben möchtest, findest du unterhalb einen Link. Und was wir dann auch immer machen, ist, dass wir jede Woche am Mittwoch, ist das immer in Deutschland, da gibt es immer auch ein Live-Coaching. Das heißt, wir haben immer drei Stunden, wo wir zusammen dann uns treffen über Zoom. Und dort besprechen wir zum Beispiel all diese Wetten, die was hier stattgefunden haben und analysieren das Ganze. Ja, wie bin ich zu diesen Wetten gekommen? Wie ist das aufgebaut? Das heißt, wenn ich jetzt mal da draufgehe, dann kann ich mal so mitten reingehen. Ja, das heißt, da zum Beispiel analysieren wir gerade ein Spiel. Darf ich das überhaupt spielen beim Buchmacher? Warum sollte ich das zum Beispiel nicht spielen? Wir gehen das halt dann bis ins kleinste Detail durch, wo wir dann faire Wettquoten ermitteln, wie das überhaupt funktioniert. Unter anderem, ja. Und da schauen wir uns halt viele Fallbeispiele an, die was hier stattfinden mit vielen verschiedenen Teilnehmern. Und wenn du das halt auch alles haben möchtest, ist alles mit dabei in diesem Masterzugang und du möchtest hier mit dabei sein und das lernen, wie das funktioniert. Mit welchen Programmen ich zum Beispiel hier, wie die funktionieren. Ja, mit weit gelisteten Wettanbietern in Deutschland zum Beispiel. In Österreich haben wir noch andere Möglichkeiten. Und dann kannst du dich einfach mir anschließen und dir diesen Zugang holen. Ja, in diesem Sinne hat es mich gefreut, dass du heute wieder hier eingeschaltet hast. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir doch einfach halb unterhalb in die Kommentare rein, welche Fragen da sind. Und dann kann ich dir hier dementsprechend auch gerne weiterhelfen. In diesem Sinne, alles Gute, bis morgen und Tschüss.